Online Geld verdienen mit Webseiten und das nebenbei? Ohne große Reichweite und Startkapital? Lohnt sich das überhaupt noch? Webseiten sind doch tot. Ungefähr das war meine Aussage zu Flo im Taxi. Und er meinte, pass ich auf keinen Fall. Kollege von mir, Zahnarzt, hat keinen Plan von der Materie und inzwischen verkauft er über seine Webseite Teleskope und macht damit im Monat ungefähr 500 Euro. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe das vor Jahren schon selbst gemacht, nicht funktioniert. Dann hatte ich jemanden, der es gemacht hat, wieder nicht funktioniert. Aber ich habe immer wieder Beispiele gesehen, wo Leute extrem viel Geld über ihre Webseite verdient haben. Und Flo meinte, ja, Social Media ist King, aber Webseiten sind immer noch Kaiser. Alles klar, give it another try. Mich mit Flo hingehockt ein paar Mal, immer wieder nachgefragt, kleine Tricks von Flo bekommen, wie man irgendwie 45 Euro pro Artikel pro Jahr bekommen kann. Ich dachte, geil, langsam, aber stetig, hat sich das dann nach vorne bewegt. Und für mich ging dann irgendwann, ja, wie so eine neue Welt auf. Und ich dachte mir, hey, cool, das zeigen wir doch einfach mal den Leuten von Tallerbox. Die verdienen ja auch gerne Online-Geld. Wie das Ganze funktionieren kann, ja, lasse ich am besten dann den Flo erklären. Also Bühne frei für den Flo. Viel Spaß damit und los geht's. Ja, danke Basti. Heute, wie man monatlich ein Nebeneinkommen aufbauen kann mit Websites. Wie kam ich drauf? Ich hatte rund 100.000 Euro im Aktiendepot angespart, was 150 Euro pro Monat Dividenden gebracht hat. Ist nett, aber ist natürlich auch ein krasser Aufwand, erst mal diese 100.000 Euro aufzubauen. Und dann habe ich das mal verglichen mit den Website-Projekten, die ich in der gleichen Zeit aufgebaut hatte. Und da hatte ich am Anfang fast keine Kosten und nach sechs, sieben Monaten 500 Euro pro Monat Einnahmen oder mehr. Und gleichzeitig habe ich auch noch wertvolle neue Fähigkeiten jedes Mal gelernt. Und das ist ein Punkt für mich, warum ich es jedem empfehlen würde, mal über ein Website-Business nachzudenken. Nebenbei, Vorteile, Einstieg ohne hohe Kosten, wie wir auch gleich sehen werden. Ihr könnt die Zeit flexibel einteilen. Das heißt, ihr habt mal viel zu tun auf der Arbeit, dann macht da nichts dran. Dann habt ihr irgendwie eine Woche Urlaub und wollt nicht nur in der Sonne liegen, dann könnt ihr dran arbeiten. Also es ist frei einteilbar. Ihr lernt wichtige Fähigkeiten und vor allem, es ist beeinflussbar. Wenn ich Tesla-Aktien kaufe, dann kann ich zuschauen, wie der Kurs hoch und runter geht. Aber wenn er runter geht, kann ich nichts machen, außer zuschauen. Und wenn meine Website schwächelt, dann kann ich überlegen, okay, ich könnte neue Texte machen, ich könnte mehr machen. Also deutlich besseres Gefühl, Einfluss zu haben. Und ich möchte jetzt mal ganz praktisch die fünf Schritte zum Nebeneinkommen mit einer Website mit euch durchgehen für Anfänger und am praktischen Beispiel vom Kumpel Alex, der Vollzeit angestellt ist und dem ich geholfen habe, nebenbei so ein Website-Projekt aufzubauen. Viele wissen gar nicht, wie ich mit einer Website Geld verdienen kann. Hier mal dargestellt, nach Aufwand in der Y-Achse und Einnahmenpotenzial in der X-Achse. Dann geht es los mit den Klick-Bannern, die ihr kennt, AdSense links unten, kommt aber nicht viel bei rum. Dann geht es weiter, VGWatt, kennen viele nicht, bekommt ihr pro Artikel jedes Jahr Geld. Zeige ich euch gleich. Dann mehr Aufwand, aber auch mehr Einnahmenpotenzial, physische Produkte, Coaching, YouTube, Podcast und meine Favorites, digitale Produkte oder als Basic zum Start eine Affiliate-Website. Und jetzt auch danke für eure Fragen im Vorfeld. Keine Sorge. Die Befürchtung, die man zu Beginn hat, ich kann doch gar nicht programmieren, wie geht es mit einer Website? Zeit habe ich auch nicht und kreativ, Design auch nicht. Auch dafür gibt es einfache Lösungen. Vielleicht der wichtigste Punkt vorweg, die Kosten einer Website. Viel niedriger wahrscheinlich, als ihr denken würdet. Wir haben hier einmal gelb, einmalige Kosten, wenn ihr ein Nebengewerbe anmelden möchtet, macht ihr dann, wenn ihr langfristig Gewinn erzielen wollt, dann kostet es zwischen 10 und 65 Euro, je nach Stadt. Und dann habt ihr laufende Kosten, nur noch Domain und Hosting, rund 13 Euro, 14 Euro im Monat und das war es zu Beginn. Alles andere, seht ihr hier schon, sind kostenlose Tools. Das heißt, ihr bekommt Fotos kostenlos, gibt kostenlose SEO-Tools, Newsletter. Die sind alle zu Beginn wirklich kostenfrei und erst wenn ihr größer werdet oder ihr seht, hey, da kommt was bei rum, könnt ihr hier aufstocken, upgraden und kostenpflichtige Tools einsetzen. Wer will euch hier überhaupt was erklären? Also ich hatte den klassischen Wirtschaftsingenieur-Bürojob als Projektleiter und habe dann aber so einen Epiphany-Moment gehabt, als ich in Italien beim Volleyballspielen war und saß genau in diesem Café und auf einmal hat es Katsching gemacht. Und dieses Katsching-Geräusch, während ich einen Kaffee getrunken habe, war, dass ein E-Book verkauft wurde von mir. Und das war eine krasse Erkenntnis für mich, das war jetzt nicht viel Geld, aber ich hatte mich davor zwei Monate in die Bib eingeschlossen, was Gutes, wie ich fand, geschrieben und danach aber mich nicht mehr darum gekümmert. Und trotzdem kommen laufend Einnahmen, bis heute sogar 36.000 Euro mit einer Word-Datei, die ich als PDF gespeichert vor drei, vier Jahren mal verfasst habe. Und das so die interessante Erkenntnis für mich. Ich mache das natürlich heute hauptberuflich, unter anderem, so wie Basti auch. Und da sind natürlich Online-Einnahmen, rein mit dem Geldschnurrbart-Blog, noch viel höher möglich. Aber damit es für euch auch realistisch ist, hier mein Beispiel von meinem Kumpel Alex, der Vollzeit angestellt ist, wie du wahrscheinlich auch, dem ich geholfen habe, über sein Hobby ein Website-Projekt zu starten, das jetzt heute über 500 Euro monatlich abwirft, in Spitzenzeiten um die Weihnachtssaison bis 4.000 Euro. Mal als Beispiel für, hey, er ist Vollzeit angestellt und Vorkenntnisse unbrauchbar. An diesem Beispiel gehen wir einmal unsere Schritte durch, wie man ein Website-Projekt aufbauen kann und gehen dabei immer wieder auf sein Praxisprojekt ein. Punkt 1, Ideenfindung. Ich finde keine Idee. Zwei hilfreiche Punkte vielleicht für dich. Zum einen, entweder es gibt was, wo du dich sehr gut auskennst und kannst darüber schreiben, du hast ein Hobby, du hast von Berufswegen Fähigkeiten, über die du schreiben kannst oder der für mich noch interessantere Weg, du kennst dich nicht aus in dem Bereich, aber du möchtest lernen. Du möchtest lernen, wie man fotografiert, du möchtest lernen, wie man investiert und bringst dir alles bei, indem du recherchierst, liest, was dich sowieso interessiert und dokumentierst dann deine Lernerfolge als Blog, als Website. So ist es für dich keine verschwendete Zeit und im Endeffekt ist es für Nutzer auch toll, wenn die ganz authentisch miterleben können, wie jemand sein Wissen aufbaut. Das würde ich immer vorziehen als staubersaugertest.org oder Rollatortest. Wenn ihr was macht, das euch selber was bringt und gefällt, dann ist es die beste Voraussetzung, dass die Zeit nachher nicht umsonst ist. Also drei W-Fragen, entweder worüber wisst ihr schon viel, was würdet ihr gerne wissen oder was würde euch helfen, zum Beispiel eine Übersicht über die günstigsten ETFs, was auch immer. Wenn ihr quasi selber ein Problem habt, das ihr lösen wollt, auch eine super Ausgangsbasis. Dann natürlich die Frage, was ist jetzt eine gute Nische? Da gibt es mehrere Bewertungsmethoden. Hier mal ganz einfach dargestellt, ihr müsst euch Dinge fragen, was ist überhaupt möglich an Monetarisierung? Kann ich damit Geld verdienen? Könnt ihr damit abklappern, indem ihr zum Beispiel auf Digistore mal schaut, gibt es da digitale Produkte für? VG Word könnt ihr immer machen. Ist euer Produkt saisonal? Haben wir Schwankungen drin? Ist überhaupt eine große Suchvolumen-Nachfrage nach eurer Nische? Und am Ende auch, wie hoch ist die mögliche Monetarisierung bei euren Produkten? Und so ein paar K.O.-Kriterien, zum Beispiel habt ihr entschieden, ich möchte aber mein Gesicht nicht zeigen, auch kein Problem. Gibt es auch ganz viele Nischen, wo das ohne geht. Im Fall von Alex zum Beispiel, er kennt sich super aus mit Astronomie, Teleskopen, Sterne anschauen und dann haben wir einfach über sein Hobby mal eine Webseite aufgebaut. Wie geht es jetzt aber? Wie gesagt, Alex kann gut im Mund rum bohren, aber er hatte keine Ahnung, wie er jetzt online vorgehen soll. Und ich kann nicht programmieren, das war vielleicht bei mir früher so. Hier im Pubertätsbild habe ich angefangen, erste Webseiten wirklich zu programmieren. Ist heute aber alles nicht mehr notwendig. Ich verdiene jetzt heute unter anderem auch mein Geld mit Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, hier natürlich gute Voraussetzungen, aber für euch braucht ihr das alles nicht. Ihr könnt wirklich starten mit WordPress. Hier Anbieter Siteground zum Beispiel, habt 13, 14 Euro im Monat an Kosten für eine DE-Domain, habt WordPress per Klick installiert und könnt dann schon loslegen, Texte zu verfassen. Der nächste Punkt, ich bin aber kein Designer, ich bin nicht kreativ. Auch hierfür, es gibt kostenlose WordPress Themes, die gut layoutet sind. Per Klick habt ihr ein anderes Design oder ihr zahlt 50, 60 Dollar und bekommt professionell designte Websites, die ihr per Klick installieren könnt. Wenn ihr dann noch spezielle Ansprüche habt, geht ihr auf fiverr.com und fragt hier einen Freelancer, der euch für ein paar Dollar das komplett einrichtet. Wichtig, wenn ihr jetzt aber den Content erstellt, machen wir das nicht wie der Standard-Blogger aus dem Bauch heraus, sondern wir nehmen Tools, aber auch hier wieder ganz viele Gratis-Tools, zum Beispiel SimilarWeb. Könnt ihr euch Wettbewerber anschauen, eure Nische analysieren, wie viel Suchvolumen ist da vorhanden. Ihr macht dann eine Keyword-Recherche, um wirklich zu schauen, über welche Themen macht es Sinn, Texte zu verfassen. Wonach suchen Leute? Ihr stellt euch daraus datengetrieben einen Content-Plan von Artikeln, die ihr verfasst und erstellt dann ein Content-Briefing. Das heißt, ihr recherchiert genau, was suchen Nutzer, wenn sie dieses Wort eingeben und dann könnt ihr das entweder selbst schreiben oder abgeben. Wie sieht es jetzt konkret aus? Monetarisierung. Hier mehrere Möglichkeiten, auch gleichzeitig, was wir bei Alex gemacht haben. Wir sehen es auch schon hier. Er hat jetzt hier oben rund 21.000 Euro Werbekostenerstattung. Das ist quasi sein Gewinn, weil er Produkte im Wert von 216.000 Euro vermittelt hat. Affiliate ist aber nur ein Beispiel. Was wir direkt begonnen haben bei ihm, ist VGWatt. Also wissen viele nicht, aber es gibt eine Verwertungsgesellschaft. Watt muss man einmal einen Vertrag ausfüllen und dann bekommt man für jeden Blogartikel jedes Jahr aufs Neue aktuell rund 45 Euro. Und das ist schon super. Basti hat auch gelächelt, als er das erfahren hat, weil wenn man irgendwie mal 100 Blogartikel hat, dann bekommen die einfach jedes Jahr diesen Betrag, was dann irgendwie rund 5.000 Euro sind. Einfach so. Das ist auf jeden Fall nett. Hier auch bei Alex passiert. Das heißt 1.200 Euro einfach dadurch, dass wir VGWatt eingebunden haben. Und wer wissen will, wie das geht, ist wirklich nicht schwer. Zweiter Punkt. Affiliate-Einnahmen. Hier natürlich, wie ihr es schon kennt, Zubehör, Teleskope. Wenn jemand hier draufklickt und klickt, bekommt Alex 10% Provision vom Verkaufspreis, des Teleskops oder des Zubehörs. Das gibt es für alle Themen. Ihr seht es bei meiner Website, bei Basti, wenn wir Finanzprodukte empfehlen, die wir selber nutzen, das Sternchen dran. Gibt es aber für Booking.com, falls ihr über Reisen schreiben möchtet, könnt auf Arwin mal schauen. Es gibt wirklich alle möglichen Produkte, die man als Affiliate bewerben kann. Digitale Produkte, ein weiteres Beispiel, mein E-Book. Hier die Einnahmen natürlich höher, aber ein bisschen mehr Aufwand zu Beginn bei der Erstellung. Nächster Punkt, Direktkooperation, wie zum Beispiel hier. Ihr habt mit einem Wissenschaftsmagazin eine Kooperation, die jetzt rund 170 Euro pro Monat zahlen, damit sie hier als Banner eingebunden sind. Oder ihr meldet euch bei Merch bei Amazon an und erweitert das Ganze noch um physische Produkte. Hier ein paar T-Shirts Designs, die überlegt wurden, die weiteres Affiliate-Geld einbringen können. Das beste Produkt wäre aber nichts, wenn niemand es sieht. Das heißt, der Punkt Reichweite ist extrem wichtig. Von diesen ganzen Besuchern ist nachher vielleicht einer dabei, der klickt und davon nochmal einer, der vielleicht auch über einen Affiliate-Link was kauft. Das heißt, wir müssen machen, dass die Seite gesehen wird. Hier das Suchmaschinen-Ranking, das heißt, die ersten drei Plätze bei Google, wie viel Prozent der Leute klicken. Und ihr seht, wir wollen hier nicht nach Position 10 sein, sondern die ersten drei bekommen wirklich die meisten Klicks ab. Das gibt es auch wieder mit praktischen Tools wie Ubersuggest, dass ihr die richtigen Keywords findet, answerthepublic.com. Hier könnt ihr alle möglichen User-Fragen rausfinden zu eurem Thema, die ihr im besten Fall in den Text einarbeitet oder kostenlose Plugins für WordPress wie Yoast SEO, dass ihr hier genau das trefft, was die Nutzer suchen. Konkretes Beispiel bei Alex, Merksatzplaneten, also eine Eselsbrücke, um die Reihenfolge zu merken. Wir haben hier rausgefunden, durch Keyword-Recherche, viele Leute suchen danach. Was ist bei Google vorhanden? Naja, Platz 100 und zwar zu Recht, wie ich finde, ist diese Textwand. Wir haben einfach gesagt, naja, wir machen es ansprechender und haben das grafisch schön aufbereitet, haben genau das geliefert, was die Leute wollen und sind damit verdient auf Platz 1. Zusätzlich könnt ihr Facebook-Gruppen gründen, die rein informativ über euer Nischenthema sprechen oder euch ein paar Tricks der Profis bedienen, um euren Zeitvorsprung zu bringen. Und zwar 1. Bestehende Projekte, das heißt, ihr könnt ganze Website-Projekte, die schon Einnahmen erwirtschaften, kaufen. Empire Flippers in den USA oder hier mabia.de oder wie wir gesehen haben, nach einem kurzen Briefing für einen Artikel, könnt ihr diesen auf einer Texta-Plattform wie Content.de einstellen und hier für 40, 50 Euro einen kompletten Blogartikel einkaufen. Das ist also so einmal der komplette Prozess. Hier am Beispiel von Alex, wie gesagt, 216.000 Euro Umsatz vermittelt an den Online-Shop und hat dafür knapp über 20.000 Euro bekommen. Am Anfang viel Arbeit, heute investiert er nicht wirklich mehr viel Zeit in die Seite, die Einnahmen bleiben trotzdem. Und das Gute ist, was ich meinte, mit digitalen Fähigkeiten, die er dort gelernt hat, er hat jetzt gleich einfach noch eine Seite gemacht, weil er zum Beispiel immer Videokurse über Zahnmedizinische Fachthemen kauft und jetzt hat er einfach noch eine Seite gemacht, wo er darüber schreibt und gleich empfiehlt, welche Kurse er gemacht hat, weil diese Plattform auch ein Affiliate-Programm hat. Das heißt, so hat er mit seinen Fähigkeiten einfach neue Ideen entwickelt. Anderes Beispiel, ein Kumpel von mir, Deutschlandjäger, Jan, er ist gern auf Reisen innerhalb von Deutschland und bloggt einfach darüber und macht auch rund 500 Euro pro Monat. Daher für mich, Webseiten wirklich ein super Business, das man nebenbei starten kann, weil Voraussetzungen, ihr habt wirklich fast keine Kosten zu Beginn. Ihr könnt natürlich ein bisschen was ausgeben, um Zeitvorsprung zu bekommen, aber ihr könnt auch fast komplett kostenlos starten. Euer Risiko ist deshalb gering, wenn ihr euch ein Thema aussucht, das euch sowieso gefällt, dann ist es nach sechs Monaten und ihr habt noch nichts verdient, auch kein Verlust, weil ihr habt neue Fähigkeiten gelernt und euch mit einem Thema beschäftigt, wo ihr sowieso was lernen wolltet und damit ist einfach nur wichtig, ihr seid motiviert. Es geht nicht passiv von heute auf morgen, es ist am Anfang sehr aktiv, aber dann wird es immer passiver. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen Bock habt, Gas zu geben, eine super Geschichte. Und damit hoffe ich, euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben für das Thema Nebeneinkommen, Online-Geld verdienen mit einem Website-Projekt und damit danke, für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Vielen Dank, Flo, für die kleine Einführung. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja auch die Augen geöffnet, wie mir damals. Unten in der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall noch ein paar weiterführende Links, so wie das mit dem VG-Wort, wie das im Detail funktioniert. Ansonsten noch im Eigensinne, wir suchen gerade Text da im Bereich Krypto, also wenn ihr dort ein Interesse habt und einige Kenntnisse im SEO, dann schaut unten auch mal in der Box vorbei und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn wir tauchen jetzt immer tiefer in die Welt der Kryptos rein und wenn ihr mit auf die Reise kommen wollt und immer ganz vorne mit dabei sein wollt, dann vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. In diesem Sinne, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal.